Fünf Jahre Metropolregion Rhein-Neckar waren der Anlass, um auf einem Pressegespräch im Ladenburger Dr. Karl-Benz-Museum eine Bilanz der ersten Jahre zu ziehen. Die Vertreter des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, ZMRN, und des Verbandes Region Rhein-Neckar, VRRN, beleuchteten jedoch nicht nur vergangene Erfolge. Der Blick ging zurück und nach vorn und unter dem Motto gestern, heute, morgen ließen die regionalen Vertreter das bisher erreichte Revue passieren und gaben gleichzeitig einen Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft. Im Anschluss an das ausgedehnte Pressegespräch sprach Lokalmatador mit dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins ZMRN, Dr. Harald Schwager.